hi endlich ist es soweit eine sache worauf viele von euch gewartet haben die elektroinstallations kosten beim hausbau jetzt so wurde es ja vorangeschritten ist soweit konnte ich auch schon ein bisschen genauer kalkulieren ich habe mir jetzt innerhalb von zwei tagen eine liste angefertigt wo ich alles möglichst präzise aufgelistet habe um euch mal so einen blick zu geben was das jetzt an material kostet weil das ding ist einige haben gesagt die arbeitskosten die ich da reinstecke die wären unbezahlbar ich persönlich schätze die auf 20.000 euro aber die er übrigen sich auf jeden fall weil wir das in der form selber machen und ich mache das komplett gerne und deswegen hat man da schon mal gespart und das ist auch quasi das zeichnet meinen kanal aus so viel wie möglich selber machen und so weiter weil ich persönlich bin auch nur ein ganz normaler mensch ihr seht es an mir ich bin nichts besonderes ich habe auch keine ausbildung zum elektronik café energie und gebäudetechnik aber innerhalb von zehn jahren kann man sich auch so viel selber aneignen dass man auf dem selben niveau oder sogar um eine klasse besser als ein ausgebildeter geselle in dieser branche auf der baustelle arbeitet und ich fühle mich auf jeden fall so dass das komplett gut funktioniert und wollte einfach mal die liste mit euch abgehen weil die materialkosten die müssen wir natürlich selber tragen die schenkt uns keiner und deswegen habe ich hier jetzt kostenhausbau paul mir in ordner angelegt und das jetzt unter kategoriert auf installationsmaterial beispielsweise und die ganze geschichte öffnen wir einmal und dann sieht das ganze auch schon so aus ich werde da mal noch ein bisschen größer machen dann sieht könnt ihr auch tatsächlich besser lesen erst mal ging es um die ganzen unterputzdosen und ich hätte kaum gedacht bis ich die liste erstellt habe wie viele dosen nicht eigentlich bis jetzt schon gesenkt habe das ist unnormal ich habe mir hier hauswirtschaftsraum und dann habe ich so im kopf abgezählt und alles für ein lichtschalter für rolle und steckdose eine dreier unterputzdose und habe mir die dann so aufgelistet und dann gesamtbetrag hingeschrieben und ist dann am ende noch mal summiert und so weiter was in der küche wir alles haben wenn es euch interessiert könnt ihr euch alles auch noch mal selber in dem fall tatsächlich durchlesen und so sieht das ganze aus flur untergeschoss 25 stück dann gäste wc dann kommen wir auch schon zum obergeschoss wo wir in abstellraum haben schlafzimmer die unterputzdosen badezimmer und dann kommen wir tatsächlich auf eine summe von 220 stück am ende weil ich habe hier tatsächlich auch sachen mit aufgezählt wie garage was eben noch nicht gemacht wurde aber wir wissen es kommt eine unterputz ce dosis kommt ein taster fürs rollo tor auf der einen seite und auf der anderen seite beziehungsweise von zwei schaltstellungen aus dann noch ein wechsel schalter für die garagenbeleuchtung und eine ausschaltung für für abstellraum und sowas und podest steckdosen habe ich auch mit inbegriffen die habe ich irgendwo tatsächlich hier podest rechts einer unterputzdose weil da wollen sie auch noch mal steckdosen haben das konnte ich jetzt im kopf schon vorplanen und so kommen wir auf eine gesamtsumme von den unterputzdosen und kommen wenn man wenn man säckeweise kauft 25er netze auf eine summe von 62 91 dann haben wir noch elektroniker unterputzdosen für die netzwerkdosen die bisschen teurer sind für wohnbereich flur und so weiter schlaf kennt 12 stück hatten war eine anzahl von 13 stück somit kamen wir auf knapp 80 euro mit den dosen dann haben wir winddichte unterputzdosen für den außenbereich da kommt auch noch eine hinten am abstellraum bei der garage außen hin habe ich auch schon berücksichtigt haben wir 8,45 euro dafür dann leuchten auslastdose im abstellraum mit signaldeckel seht ihr hier die fertigen preise ist halt nur ein stück in dem fall signaldeckel kommen auf jeden fall mit 100 stück komplett aus man kann dementsprechend auch die in dem fall wiederverwenden und so weiter wenn man jetzt nicht alles komplett zugeballert hat sondern immer step by step macht ihr seht selber unser unsere baustelle ist halt kein marathon deswegen und putzausgleichsringe eventuell für die küche in dem fall sechs stück und geräteschrauben 200 unterputzdosen denke ich mal 400 geräteschrauben kommen wir auf die summe am ende des weiteren haben wir hier teleskopgeräteträger zwei stück und teleskopgerätetdose ein und die leerrohre habe ich so grob berechnet mit 1200 meter für m20er m25er 300 meter m40er 50 meter aber viel verschnittene kabelkanal für hauswirtschaftsraum circa zehn meter was wir daran benötigen und steckwagos klappwagos wollte ich jetzt nicht alle komplett aufzählen sondern es reichen von denen und denen den ganzen packen wird man nicht verwenden aber von jeder sorte mal fünfer wagos vierer wagos dreier wagos und so gemischt kommt man zu kauf die summe würde ich mal annehmen knx wagos habe ich auch geholt in packen werden aber auch nicht so viele benötigen herdanschlussdose kommt dahin hin dann so verbrauchsmaterial wie schrauben und dübel jeweils packen reicht dahin schlaufen dübel haben war die so zu buche geschlagen haben aber endhülsen habe ich auch so zehn quadratmillimeter und 1,5 und 2,5 quadratmillimeter einfach mal einen topf geworfen dann gewebe montage band und fix pins wie viel man da benötigt oder wie viel bis jetzt verbraucht wurde sage ich mal potenziale ausgleichsschiene und erdungsbänder und dann kamen wir allein für installationsmaterial auf eine summe von 1388 euro 33 aufgerundet 1 4 und das ist jetzt elektro installationsmaterial für die elektro installation dann habe ich noch eine liste gemacht schalter und steckdosen das ganze schalter material das komplett viel so sieht das ganze aus machen wir auch mal ein bisschen größer so da habe ich einmal normal die einsätze wechsel schalter wo man die benötigt ausschaltung hauswirtschaftsraum gäste zimmer abstellraum hatten ausschaltung schlafzimmer ach ja wegen der schminke spiegel beleuchtung genau kind 1 bei kind 2 und kind 3 kommt eine wechsel schaltung deswegen so und garage die wechsel schaltung und die ausschaltung für abstellraum kommen wir so auf 12 stück wechsel schalter dann kontroll schalter für gäste wc und terrassen beleuchtung im außenbereich und ja dann noch normale schließertaster wie viele wir da benötigen doppeltaster dann die knx einfach in mittenstellung für einfache rollos ja die schlagen ein bisschen zu buche mit 73 euro 72 pro schalter aber oder pro taster aber das ist jetzt in dem fall tatsächlich so dann mittenstellung zweifach wippen für wohn s bereich wo wir zwei getrennte rollos haben aber auch flur untergeschoss obergeschoss für die zentrale rollo geschichte damit man untergeschoss und obergeschoss von unten und oben jeweils hoch und runter fahren lassen kann und gäste zimmer haben wir auch zwei fenster und dann spart man sich eine unterputzdose wenn man da so ein zweifach wippen taster einbaut und für hauswirtschaftsraum noch ein zweifach taster in tasterstellung links urlaubsschaltung ein und rechts urlaubsschaltung aus und so kann man das dann schritt kettenartig programmieren dass er mit der linken taste gesetzt wird und mit der rechten taste zurück gesetzt wird genau dann schalter einsatz für untergeschoss für ein bewegungsmelder und dann noch die wippen in anthrazit matt 23 stück davon doppel wippen davon kontroll wippe für gäste wc kontroll wippe mit leuchten symbol für terrassen beleuchtung von der küche aus schaltbar dann die rollo wippe einfach rollo wippe zweifach ihr seht die stückzahl und die kosten und den einzelpreis hoffentlich auch dann thermostat schalter wo wir die alle haben elf stück insgesamt dann bewegungsmelder was man dann noch die wie hieß das teil schaltereinsatz ja was man dann darauf macht na dann die netzwerk dosen 14 stück die blenden 14 stück dafür dann kommen auch noch steckdosen habe ich mir auch die räume aufgeschrieben wie viele da und da benötigt werden aber küche nicht alle hauswirtschaftsraum auch nicht alle weil die die nicht sichtbar sein werden im flur hinterm kleiderschrank auch keine anthrazit matt da kommt eine steckdose in alpin weiß hin um kosten zu sparen dann steckdose mit klappdeckel fünf stück im außenbereich insgesamt dann haben wir steckdosen mit usb einem hauswirtschaftsraum einen der küche bestimmt bei der arbeitszeile machen weil hin und zwei stück im schlafzimmer bett links bett rechts blind abdeckungen im flur für die leerdosen die ich gemacht habe wo man entscheiden kann was dahin kommt da kann man auch klingelgong einbauen oder glasfaserdose einbaut oder gegebenenfalls noch eine steckdose einbauen man kann auf jeden fall jedes sechs beliebige kabel reinziehen was man dann möchte jeweils und dann die ganzen einfach rahmen zweifach rahmen dreifach rahmen und vierfach rahmen so wie wir das jetzt in dem fall benötigen habe ich einmal alles komplett abgezählt so sieht das ganze aus und dann kommen die junge s 500 in alpin weiß für die garage nehmen wir auf jeden fall die steckdosen und die wippen und auch die rahmen ja für hauswirtschaftsraum zwei stück für hinterm gefrierschrank küche alles was man nicht sehen kann unter der spüle und hinterm ofen und hinterm kühlschrank und so weiter dann noch aufputz schalter steckdosen kombi für oben im abstellraum aber in der garage da möchte er nämlich auch eine beleuchtung haben so lagerflächen mäßig und oben auf dem dachboden auch ein und decken bewegungsmelder unterputz für treppenhaus eine und außenbereich insgesamt vier stück da kamen wir beim schalter material auf insgesamt knapp 5100 euro in dem fall und das war es dann auch tatsächlich mit den schalter steckdosen material was ich ja alles gemacht habe dann geht es weiter mit kabel und leitungen davon hat paul schon ich glaube um die 300 euro übernommen den rest habe ich bezahlt lehrroh habe ich auch komplett das ganze material naja egal ich willkommen bestimmt ein teil des geldes wieder müssen wir mal gucken nehm j 3 1 5 500 meter etwa nehm j 5 1 5 300 meter 2,5 quadrat 300 meter von 3 x 2,5 genau 5 x 2,5 100 meter aber ist noch viel rest übergeblieben ähm nimm j 5 x 16 quadrat rechne ich mal 20 meter für zur unterverteilung garage hin und ähm die ist bisher eine steigleitung vom hausanschlusskasten zum sicherungskasten dann das ipe kabel 200 meter knx kabel dann cut kabel 200 meter und duplex kabel haben wir insgesamt 300 meter verballert und dann noch einzeladern habe ich so grob überschlagen schwarze adern blaue adern man kauft sich ein packen und macht dann damit was man halt benötigt auch die zehn quadrat adern und so weiter ein pe einzelader 16 quadrat musste ich nicht aufzählen das ist beim photovoltaik ding mit inbegriffen kommt auch später noch zu aber für die ganzen leitungen haben wir insgesamt um die 2500 euro bezahlt genau und das war es auch damit und dann kommen wir zum letzten zum verteilerbau und da schauen wir ein mal rein den zählerschrank und netzwerkschrank hat paul schon komplett bezahlt in dem fall ich wollte jetzt nichts vorweg nehmen zähleranlage leerer schrank hat 760 gekostet alles brutto preise dazu habe ich aber auch noch den 63 ampere selektiven leitung schutzschalter bestellt auch ein kombi ableiter den überspannungsschutz befestigungsmaterial für den sicherungskasten selbst dann das patch kabel er hat 45 stecker für apz vorbereitung so das ganze bestückungspaket apz hat so und so viel gekostet dass man am ende für bestückungsmaterial und den sicherungskasten im leeren zustand fast 1387 euro bezahlt hat und dann ja für die garage wird es noch vorgesehen so eine verteilung 318 euro bis aber erst mal zwei zweitrangig dann habe ich wärmepumpen spezifisch noch 35 ampere sls schalter bestellt extra für 105 euro dann noch 32 b16 automaten 23 polige b16 automaten 54 polige fehler strom schutzschalter dann noch zwei ein zweipoligen fehler strom schutzschalter sechs felsschalter dann noch die phasen schienen fünf stück ohne neutralleiter einer für die felsschalter dann noch die hütchen die abdeckungen für die phasen schiene die phasen schienen für die feder strom schutzschalter dann noch ein reckschalter beziehungsweise ausschalter für die außensteckdosen dämmerung schalter kommt in die verteilung garage rein habe ich aber auch geholt für parkplatz beleuchtung dann haben wir noch el taco relais strom schluss schalter zwei stück der normalen variante dann noch zwei kompakt strom schluss schalter für eine halbe teilungseinheit dann noch vier dimm schalter dimm relais und zwei treppenhaus relais oder zeitschalt gesteuerte relais dann noch einen so das trendschalter für die garage rein klemm circa 200 euro ausgegeben dann kam noch knx dazu für rollus da haben wir einmal den den aktor das ist jetzt achtfach aktor ich müsste ja auch mal ein bisschen größer machen habe ich vergessen dann haben wir noch ein universal aktor 48 24 fach dann noch das netzteil und ein ip interface so hat der zählerschrank insgesamt bestückt 4100 euro gekostet kommt dann noch die unterverteilung für die garage mit in leben kann man circa 400 euro berechnen dann haben wir die netzwerktechnik die habe ich hier liegen die schlägt mit circa 500 euro zu buche wo einmal das gehäuse ist dann noch die beiden switche die beiden patch felder und die mehrfachsteckdose und alles für sicherheitstechnik kamera mit rekorder poe mäßig um die 1500 euro am ende beleuchtung komplett circa 1000 euro für garage für außenbeleuchtung für alle räume die wir am haus haben und so weiter und erneuerbare energie in photovoltaikanlage pv kabel im erdkabel er der e3 dc und so weiter das ganze habe ich gehört so um die 20 bis 25.000 euro habe ich jetzt so angesetzt und so kommen wir mit der elektroinstallation auf einen betrag von circa 36.450 euro wenn es ganz hoch kommt dann sind wir bei 40.000 euro aber da ist auch die photovoltaikanlage mit den begriffen ohne pv anlage würden wir bei 20.000 euro liegen und ohne diese knx rollos und so weiter weiß ich nicht 17.000 kann sein genauso viel dazu haben wir alles einmal gesehen ich persönlich interessiere mich gar nicht komplett für die kosten ich weiß was gebraucht wird das wird bestellt das wird verbaut ich weiß auch nicht was die proton stein paletten gekostet haben ich weiß nicht was die matten gekostet haben die stahl matten oder die dämmung oder die dachziegel kubikmeter beton hat auch keine ahnung klinker steine hat er bezahlt weiß ich auch nicht was insgesamt alles gekostet hat aber wird schon sein preis haben auf jeden fall genau dann würde ich sagen das war's mit dem video bis zum nächsten mal tschüss